Ich kann's wirklich kaum glauben, aber ich schätze mal, Part 35 wird spätestens der letzte Part sein und damit sag ich erstmal Hallo Neuts und Willkommen zurück zu Let's Play! Zu Wecon 1 für die Playstation 1 im letzten Part haben wir das Star Dragon Sword geholt, waren in der Vergangenheit und sind jetzt auf dem Weg zu Necklord Schloss, aber bevor ich dorthin gehe, möchte ich noch einmal kurz, naja, sagen wir mal, mich an ein paar Orte teleportieren. Da hätten wir zum einen, ähm, da hätten wir zum Nicht-Saker, zum einen Nicht-Saker, da hätten wir zum einen, Da hätten wir zum einen Recon Ich bin mir nicht sicher, ob wir sie schon gekauft haben, deswegen mache ich es sicherheitshalber nochmal. Die Blue Flower Seeds und das Blue Paint. Ich bin mir wie gesagt nicht sicher, ob ich das schon gekauft habe und ich kaufe es jetzt einfach sicherheitshalber nochmal. So, außerdem, ähm, möchte ich als nächstes noch zu einem Ort mich hoch teleportieren lassen, ich meine damit nicht das Schloss und auch danach nicht das Schloss, sondern halt jetzt dazwischen, zwischen den beiden Malen Schloss, meine ich Warriors Village, denn dort gibt es noch eine kleine Sache für uns zu tun, aber nur eine ganz, ganz kleine Sache. Und zwar, äh, äh, was geht denn hier? Hallo? I can't go, I'm still a novice and I'm not allowed to go to war. Mit dem, mit dem rede ich mal noch nicht, weil ich denke mal, das startet dann die Necklord-Mission, sag ich mal. Äh, ne, ich werde nochmal im Item laden, ich wusste von gar nicht, dass das hier ein Item laden ist. Ich habe jetzt Lightning Crystal. Ich habe... Ich habe... Boah! Ja, so. Ich werde jetzt hier nämlich noch einmal den Lightning Crystal kaufen und die Red Flower Seeds. So, jetzt haben wir nämlich alle Seeds, jetzt werden wir noch eben den, äh, den, ja, die Yellow Seeds... Hallo, Telefon. So. Hallöchen. So. Dann muss ich mal eben etwas droppen noch. Also die können jetzt hierbleiben. Die können auch hierbleiben. Das kann hierbleiben. Das kann jetzt auch erstmal hierbleiben. Was ist das? So, äh, dann nehme ich noch einmal schnell die Yellow Seeds mit. Da. So, jetzt haben wir alle Seeds. Jetzt gehe ich nochmal schnell zu ihm hier unten und schaue, ob ich das Blue Painting schon hatte. Das ist, äh, das ist noch ein Stockwirk weiter nach oben gewesen, äh, weiter oben gewesen. Ähm. Außerdem kann ich mir ja dann gleich noch schnell Window holen. Hallo Marco, ich hasse dich. So. Und hatten wir das Blue Painting schon? Nein, hatten wir tatsächlich noch nicht. Dementsprechend wahrscheinlich auch die Blue Seeds noch nicht. Runter ins Basement und, äh, wo war denn Window? Window war doch in diesem... Ich hab den Namen vergessen. Oder, das war doch Warrior Spillage, ne? Das war doch Warrior Spillage. Gut. Dann gehen wir da direkt mal wieder hin und danach direkt nach Clon, um Zen zu rekrutieren. So, Window war der hier? Ich glaube, der war hier. Oder war der im Umgang? Ne, der war doch hier. Ne, der war nicht hier drin. Nein, der war nicht hier. Dann war er aber hier. Ne. Auch nicht. Eine Wache links irgendwo. Äh. Ich hatte mich gerade gefragt, wo ist ein Tenga, aber natürlich. Die ist ja bei Necklord, ist ja mit ihm mitgegangen, wollte einen schönen Abend, wollte sich einen schönen, ja, schönen Tag mit dem machen. Ob's geglückt ist, werden wir dann rausfinden, wenn wir bei Necklord sind und Kaffee trinken gehen. Hallo, Window. Hallo, ja, hier ist dein Kristall. Ja, hier, viel Spaß. So, danke, du kannst jetzt mit uns kommen. So. Jetzt nach Clon. Ach, äh, die alten Bücher können wir übrigens bei, äh, Window lesen. Das war nämlich gar nicht der mit der Textbuch... Doch, das war doch der mit der Textbuch. Natürlich, bei Window können wir die Textbuch ändern. Bei wem konnten wir dann nochmal die... Die Old Books? Ich glaube, das war bei... Natürlich, bei Hugo, oder? Komm, der ist Liberator. Ne, nicht Liberator. Oder? Ich weiß nicht. Also, jedenfalls, ja, Buch, Einler, Bücherraten. Beier-Tist-Typ. Ich denke mal schon, dass wir das bei dem lesen können. So. Wie, einfach alle Häuser immer... Also, alle Städte und so immer Leerräume, weil ich einfach alle rekrutiere. He, he, he. Delivered red flower seeds. Delivered blue flower seeds. Delivered yellow flower seeds. Good, good. Now I can finish my work in here. Äh. Thank you so much for the seeds. There we go. So, now I am a member of your partner. Cool, cool. Vielen, Herr, wo gehen die mehr viele? Wir haben jetzt bestimmt schon langsam 100 oder so. Na gut, 100 vielleicht nicht. Aber 90 bestimmt schon. So, zurück ins Schloss. Och, wie leer unsere Inventare doch jetzt wieder sind. Wunderschön. Und hier muss ich nochmal ganz schnell cutten. Ich hab da nämlich was vergessen. So. Ähm. Ich werde jetzt erstmal kurz, denke ich mal, so alle... Was weiß ich, was ich noch habe. Windows-Settings, Zone-Settings, Books und Panes. Was weiß ich, was ich noch finde in meinem Lager und in meinem Inventar. Einfach mal alles holen. Und einfach mal allen bringen. Also Melody, Window, Hugo und Ivernov. Damit ich das mal alles nicht mehr im Lager rumstehen habe. So, was haben wir denn hier? Äh. Zwei mal Windows-Settings, Old-Books, Feiler-Rune, Counter-Crystal-Spark, Crystal-Fortune-Rune, Soap. Cool. Dann... Also für Ivernov haben wir jetzt nichts mehr. Wir haben jetzt gerade nur noch... Ja, die Old-Books. Tja, wo ist denn Yugo eigentlich? Äh. Tch. Schauen wir mal. Naja, das hier ist ja der Stock mit Ivernov, oder? Ne, 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 Ivernov ist da oben. Das war ja gerade noch der zweite Stock. Ich dachte, das wäre schon der dritte Stock gewesen. Aber nein, das ist der dritte Stock. So, ist hier... Ah, da unten sehe ich Bücher. Und da ist auch Hugo. Ugo. So, ihr könnt die Bücher jetzt mal lesen. Sag ich jetzt vielleicht zu spät, aber natürlich pausieren und so immer auf jener Seite. Damit ihr es lesen könnt. Ich, äh, werde sie mir auch später durchlesen. Aber nicht jetzt. So. Wo war Melody? Ähm. Ich glaube, hier und dann links durch oder so. Weil ich glaube, bei Melody ist auch Window. Wann ne, nicht oben bei Oppenheimer? Also bei... Minik. Minik. Wo ich mir immer jetzt... Äh, jetzt immer noch nicht sicher bin, männlich oder weiblich. Hallo Alan. Und hallo Gransfield. Die würde ich auch ganz gerne benutzen, aber... Naja, hier sind Quondra. Aber wie hier alle diese Ritter sind draußen. Valeria. Also alle, die mal irgendwie im Imperium waren. Die alle! Die waren alle mal im Imperium. Na gut, nee. Zen nicht. Und Esmeralda und Melody wahrscheinlich auch nicht. Aber die gehörten irgendwie alle mal... Also außer den Partnern dazu. Und das ist schon ziemlich cool, dass sie hier so alle zusammen sind. So. Schauen wir mal, wie es aussieht. Also das... Nee, also das ist mir definitiv zu dick und... Ach nee, komm, nee. Aber wir können immer wegen der Farbe schauen. Eigentlich gefällt mir das so schon ganz gut. Ich glaube, wir lassen es erst mal so. Das ist schon ziemlich cool. Milik! So. Gut. Dann gehe ich jetzt mal ganz schnell ins Basement. Also im Erdgeschoss hier. Ja. Und schaue vorher nochmal, ob die hier noch ein bisschen mehr Musik für mich hat. Wieso ist hier eine weibliche Ling? Oh ja, das ist wirklich... Äh. Ich... was? Ich bin noch finished. So. Wir sehen uns gleich im Basement wieder. So, da war das Basement. Habt ihr gesehen? Da haben wir uns wieder gesehen. Und jetzt sind wir wieder hier. Und werden uns jetzt... Na, Warriors Village teleportieren lassen. Das ist jetzt übrigens der Part. Wir endlich auf Neklor treffen. Und auf meinen Lieblingscharakter. Hallo, Sorak. Oh, Commander Teer, you're back. How did it go? Have you fuck? How did it go? Have you found a way to defeat Neklor? You betcha. Take a look at this. Here, say hello. What's your tongue? Say hello to a human. You say hello. A talking sort? Will this thing defeat the vampire? Of course. Vampires are nothing to me. So he says. They are very much alike, those two. And then let's go. Come on. Come on. Let's go. We'll be going ahead of you. Na, dann los. Und, hallo, Hicks. Hicks? 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 So, ich hab mir übrigens nochmal Antitoxin gekauft, weil, ich weiß nicht. Der Cloud erscheint mir so giftig. Ich möchte ja noch mein Team ändern, ich kann ja Taiho und, ich will jetzt endlich Taiho und Jemko weg rausnehmen. Wenn die vielleicht ganz gut sind. Ich hab so meine Zweifel, meine üblen Zweifel. Ach so, ja, natürlich. Ähm, einer muss jetzt gleich sowieso gehen, weil wir gleich einen neuen Charakter bekommen. Und ich überlege. Muss ich jetzt Jemko gehen und dann Taiho oder? Ich werde Jemko und Taiho jetzt erstmal beide rausnehmen. Dafür hinzufügen werde ich Aiki. Den ich jetzt, glaube ich, schon übersehen hab. Ja. Und ich überlege, ob ich jetzt noch Karsch reinnehme. Der hat auch Large. Und vielleicht stattdessen halt mal, was weiß ich. Also, Cleo und Victor möchte ich in meinem Endteam nicht haben. Und da möchte ich ja dann, äh, halt, vielleicht Aiki und Karsch. Naja, schon. Schon noch. Ich werde das jetzt erstmal so behalten und dann eventuell später ändern. Mal schauen. Willkommen in Saika. Und willkommen in Necklotz Castle. Hier wollte ich eigentlich hin. Da sind wir ja. Hallöchen. So, hier bist du, Commander Teer. Let's go, man. Now ist die Zeit, zu showen die Power of the Warrior's Village. Hey! My, my. How rude of you to show up at the wedding with all those weapons. Give me back my daughter, my Tengar. I'm afraid not. She's my beloved bride. When the sun sets, our wedding begins. Teer, you are the leader of the Liberation Army, correct? I'd like you to be my most honored guest tonight. If you don't make it to the top of the castle by sunset, Tengar will be mine forever, understood. This cat will not admit they're uninvited. Damn you! Do not make fools of us! Stop! Aargh! It appears that what Naglod says it's true. Master Teer, this is a trap. He knows you're our leader. But we have no choice but to go. Commander Teer, I beg you, please save my daughter from that filthy vampire, Blaze. Wait a minute. Master Teer, take me with you. I'll go too. You can't go, Higgs. You have not yet proven yourself as a warrior. An unproven warrior, one who does not yet carry a sword with a name, is not allowed to enter the battle. That is the law of our village. It's true that I'm still a novice, but not yet strong, but still, I want a safe Tengar with my own hands. I promised her. Please let me keep my promise, please, Master Teer. All right, coming on. Thank you. Higgs, come here. Yes, sir. I was waiting for such words from you. You're Higgs of the warrior's village, son of Cliff the Crusader. I herby accept you as a true warrior and grant permission to name your sword. May the birth of this new warrior be celebrated by all. There, Higgs, you have now been designed a warrior. Your courage befits a true warrior. Go and save Tengar. Thank you, Sir Zorak. You may now name your sword. Have you something in mind? Yes, I made that decision many years ago. Let's go, Higgs. Tengar awaits you. Yes, sir. I don't know what he's for. Na, das ist ja auch scheißegal eigentlich. Und welches Level und bla. Kars ist gerade der... Ja, das wechste, sag ich mal. Oh, Speed, early-ge-scheiße. Ich werde jetzt erst mal auf Ruby verzichten. Blum. Und hoffen, dass er wenigstens auf über 40 ist. naja, egal. Was hat denn der Small? Oh, fuck. Ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Ich bin ja so blöd. Ich bin ja so blöd. So blöd. Ich bin ja so blöd. Das war gar nicht, dass die jetzt alle Large haben, sondern das war der erste Buchstabe von LVL. Naja, egal. Ey. Pfff. So. Hier, im Schloss, gehen wir jetzt als erstes nach oben links. durch diese linke Tür hier. Und die Trappierie nun der... Ach, du Heilige Scheiße. Ist das dein Ernst, Aiki? War das deine wahre Stärke gerade? Dann bist du ein Sack. Ein, ein schwacher Sack. Oh, äh, iiih. Naja, gut. Dann speichern wir halt jetzt einfach mal ab hier. Just for fun oder so. Und in diesem Schloss möchte ich Necklotz, äh, in diesem Part möchte ich Necklotz Schloss komplett schaffen. Machen. Ankacken. Iiiih. Was ist das? Ein, ein Unicorn. This is Charlie. Oh my god. Oh my god. Oh oh, ah. It's hablue, haablue. Haablue. Oh my god, oh my god. Achso, ist es tot. Ich dachte, das macht irgendwas Besonderes starkes. Vah, Viva, viva, viva. Iiiih. so hallo okay was ist denn der fullhelm was bist du hier hallo ja meinetwegen so viel herz na komm mach ma immer das hier ja ja ist das alles okay dann aber nicht sagen wir uns nicht sagen Mr. Lignard immer sagt uns, selbst in der Küche, nicht nur in der Nacht während der Arbeit. Praxis den reich. ich will gar nicht wissen was du mir noch zu sagen hast ich will es nicht wissen so viel Geld Infos schwule Ratte so ähm wir werden jetzt hier einfach mal dem Weg folgen und natürlich in alle Türen gehen um auch garantiert nichts zu verpassen hast du gar Churiken geworfen Karsch cool 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 ach natürlich Aikis Waffe ist so schwach weil sie nicht gesharpt ist also geschärft ich vergaß na gut wenn es nur einer ist an irgendwen erinnert mich dich äh erinnert an irgendwen oder was erinnert mich das an irgendeinem und an irgendeinem anderen Spiel ich kann nicht mehr reden ich weiß nicht an welches Spiel und an welchen Gegner äh ja und immer schön noch Truhen auszuhalten ach ich wünsche hier würden nicht so viele Gegner kommen die nerven mich okay Truhe Antitoxin gut das ist jetzt auch direkt 4 oder nur 1 wer weiß okay da müssen wir hin das weiß ich hier haben wir wieder eine Truhe und Pelze super ja 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 mach 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 in der Truhe haben wir Medizin okay hier links geht es auch noch irgendwo hin alle Gegner äh ach ich wünsche ich hätte Karsch und Aiki hieß Waffen geschärft und eventuell noch mal schnell zu wäre eventuell noch mal schnell zurückgegangen und hätte Hicks geholt ach einen kleinen Moment mal ok muss noch gelesen so hallo Truhe mit Soundsetting 1 oh neue Soundsettings die eigentlichen die wir da hatten schon die anderen Soundsettings da 0 ich schlicht ich schlicht ich bin so schlecht bis ich 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 auch ein A 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 Au! Oh. Oh, was war das denn? Heike. Ich werde den Bosskampf nicht schaffen, so. Ich bin wirklich kurz davor, nochmal schnell rauszugehen. Und das werde ich auch tun. Ja, ich gehe nochmal schnell raus. Wir sehen uns dann gleich wieder. Hier oben. In dem Raum. Bis gleich. Tschüssi. Please, what? Ach gut. So, da sind wir wieder. Ein bisschen stärker jetzt. Und so. Und jetzt sind wir hier. Und hier werden wir jetzt in folgender Reihenfolge die Bilder anschauen. Als erstes das. There is a painting here called Chestnut Tree. Take a look. Yes, of course. I won. Click. Das ist. There is a painting here called Girl in the early afternoon. Take a look. Of course. Click. There is a painting here called Peace and Girl. Take a look. Yes, of course. Click. Und nicht immer, man sollte kapiert haben, wie das jetzt, wie man das sonst hätte rausfinden können, weil das müsste jetzt überstanden sein. Wenn man den Namen der Bilder gelesen hat, müsste man das kapiert haben. So. Oh. E. Hier draußen können wir also auch gegnern. Na ja, viel Spaß. So. Yes, aber. Schauen wir hier nochmal in alle Räume, ob wir hier wieder Truhen sind. Wie zum Beispiel hier. Ach, nee, komm. Euch lasse ich mal gehen. Earth Boots. Okay. Sind die vielleicht besser als die von dem Träger gerade? Schauen wir mal. Ja, tatsächlich. Na dann, Aiki. Viel Spaß damit. So. Hier haben wir noch einen Raum. Äh. Nee. Hier haben wir wieder eine Truhe. Hallo, Unicorn. Ja, aber euch kann ich... Dich kann ich wieder nicht gehen lassen. Äh. Oh, gut. Das war schon. Gut, gut. Ich glaube, ich sollte Aiki oder Karsh den Killer Crystal von Ruby geben. Green Paint. Oh, cool. Das nächste Gemälde. Das müsste jetzt, ähm... Klebe tragen. Ja. Ja. Hallöchen, Neclaude. Hallöchen, Neclaude. Na gut, und nicht. Truhe. Truhe. Anti-Toxin. Truhe. Earth-Rune-Peace. Jetzt geht's wieder nach oben, dann geht's gleich nach links und nach unten und... Oder so. Hm. Oder nach links und rein und dann nach unten rechts und nach oben und... Äh. So ein weiter Weg. Fast ein verwinkeltes Schloss, aber man sieht, es wird immer später und wahrscheinlich wird der Kampf dann entweder bei spätem, also sehr spät bei Sonnenuntergang gerade, direkt sein oder eben bei Nacht, damit es auch wirklich passt, weil da soll ja dann die Heirat stattfinden, wenn die Sonne sich zurückgezogen hat, wenn sie schläft auf unserer Seite der Welt, wenn der Mond kommt. Ich muss mal kurz cutten. So, ich hab nur mal kurz was nachgeschaut, weil... Äh, als ich gestern mit jemandem geskypt hatte, da ist irgendwie andauernd mein Mikrofon abgekackt, oder... Das war nicht unbedingt mit dem Mikrofon, aber er hat mich manchmal nicht... plötzlich nicht mehr richtig verstanden. Und, ja... Hm, naja, wer weiß. Lag aber, denke mal, eher an Internetverbindungen und an Skype und nebenbei Steam und nebenbei MW3 und bla... Also mehr daran als an meinem Mikrofon. Vielleicht auch an CMYZ, aber dann hätte er ja MW3 nicht gehört. Aber, ja, wird wohl eher an Internet und dem Programm uns so gelegen haben. Tro-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no. Und weil sie jetzt jemand fragt, wieso habt ihr über Skype telefoniert und nicht einfach direkt über Steam. Bitte steckt euch diese Frage in den Arsch. Der Steam-Chat, äh, Voice-Chat ist leicht für den Arsch. Ich meine, er ist total verzögert und... Da entstehen Rückkopplungen und andere Geräusche manchmal. Klischee! 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 Achtung die Tröber sucht sind sie doch geschickt also Also, wow, das war jetzt wie bei Dancing Mad eigentlich, cool. Der war so früher draußen, äh, wohl eher von 46. You're sure to get time. Tango, I've come to save you. Hicks, you've come, I'm so happy. Now wait a minute, you speak as if I'm gonna lose. That's right, Neklot, you are going to die here. Damn you a hell, Neklot, you remember the village of Northwind? Let me see, I've been around such a long time. Come to think of it, you do look somewhat familiar. Perhaps I've seen you yet. What was that village? But Northwind doesn't, uh, doesn't ring a bell. I'll make sure you never waste your breath again. Here we go, Star Dragon. One for two empires like this one are easy work. In the name of my sword, Tengar, I'll destroy you, Neklot. Hicks. Goodness, so courageous. DM gonna have to take your rune and present it to Lady Windy. Ah, fuckt euch. Ich hau als erstes einfach mal alle runen drauf. Fog of Deception. Clone rune. Keine rune. Die er benutzen kann. Explosion. Hell. Angry Blow. Okay, einfach mal alles draufhauen. Jetzt, vum. Oh, yeah. Cool. Jetzt Angry Blow. Angry Blow. No way. Und jetzt Hell. Das interessiert mich ja jetzt mal. Oh, das ist so. Macht das Schaden? Scheiße, das ist nur sonst was, wie der Gegner verschwinden lassen kann. Ach so, Star Dragon Sword, natürlich. Damit hat er ihm jetzt wahrscheinlich die Abwehr geraubt oder so. Oh, ah, äh, äh. die das ist jetzt an die Töße jetzt gibt dann kann ich Antitoxin benutzen als es gibt es Runders könnten was hat die Toxin bei denen benutzt es wird konnten so viel Schaden holen schnitt herr Sensen Flames Black Shadow das ist was ich wollte bei dir das nicht so viel gebracht aber auch Schaden zu Medizin dabei komm dann macht das mal wieder auf Hixi-Line boah die Feuerwunde geht ja mal richtig ab so das müsste aber der Schadenmacher ja ja nicht auf Victor nicht auf Vicket-Tor Vicket-Tor ok kurzer Kat so ähm nach einer halbstündigen Pause oder so geht's jetzt weiter ich weiß gar nicht mehr ob jetzt hier schon jemand mediziniert und äh Antitoxin und so aber ich mach jetzt einfach mal weiter wie ich bisher auch getan habe hoffe es wird was bringen ich bin jetzt auch nicht mehr allein zu Hause also ich werde jetzt die meisten Stimmen nicht mehr man helfen können so Tür ist zu aber k t t ähnlich x mit v s neck Das war gar nicht gut Das war gar nicht gut Ich glaube, ich werde jetzt gleich zum ersten Mal richtig verrecken Ich muss mich nebenbei auch noch um meinen Krater kümmern Die sind nicht zu heilen, nein Scheiße Sag mal, du hast doch hier Ne, das war's nicht Na, probieren wir's mal so Ich glaube, ich habe auch da, wo ich gerade den längeren Cut hatte einen Safe State gesetzt Heißt, wenn ich verkacke, kann ich von da aus nochmal anfangen Kater bitte bleibt jetzt hier und so Mach Schaden Hm Schlecht Tschüss Kars Heilige Scheiße Der hat ja was drauf Du machst richtig ordentlich Schaden Dieser Sack Äh, und das war's Wenn ich nur Victor noch hätte Die sind wirklich nicht zu heilen Ach, Mann Ach, Mann Schade Also nicht beim ersten Versuch Weil ich glaube nicht, dass Tier das jetzt noch schafft Das hat keinen Schaden gemacht Ich hab keine Schadenzahl gesehen Oder Ich hab sie übersehen Wahrscheinlich Rundende Na, er lebt noch Maximal zwei von den Heldern raus Ja So, und jetzt ist Ende Wenn er jetzt nicht killt Nein Ziu Und Ende Ja, wir tryen natürlich again Ähm Aber ich cut mal kurz Geschafft 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 Puh 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 Your sort I am the night rune transformed You are merely a servant of the darkness And therefore fight me in vain I have lived for fun Five hundred years Damn this my life ends now! 500 years of evil deeds. This is where my journey ends. You killed my family and friends and I traveled far looking for you. Now it's time for revenge. Revenge. Higgs. Dengar. You've come to save me. Thank you, I'm so happy. But I haven't done anything. And Victor defeated Necklord. You're so funny. It's okay, you're still my hero. Thanks. By the way, the name of your sword... Oh, this... Sorry, I should've asked for your permission. Really, using my name without asking? Sorry. Why do you apologize? Huh? You've got plenty of headaches ahead of you, Higgs. Let's get back to you. My journey has ended, but not with yours. I have no escape talisman. Hello, Katta. Escape... Darlis... Darlis... Mann... Nö... Mh... Aber safe staten kann ich noch mal. Puh, bin ich froh darüber, dass ich das jetzt geschafft habe. Und jetzt gehe ich einmal raus und schaue mal, ob das jetzt gleich wieder geht, wenn ich hier gleich wieder reingehe. Oh, Kampf. Komm, ich lasse euch gehen. Oh, nee. Gut, dann werde ich einmal ein bisschen Medizin aufbringen. So, funktioniert doch wunderbar. Gut, dann gehe ich jetzt wieder raus und... Ja, das kann ich raus. Also, ernsthaft, das brauche ich nicht. Was ist so ein weiter Weg? Ich weiß immer noch nicht, an was mich die Gegner da erinnern, die ich vorhin gemeint habe, aber ich glaube an irgendeine Karte aus Yu-Gi-Oh. So. Dengar! Are you alright? Sure, thanks to Higgs. I'm very grateful, Master, to you. We of the Warriors will it hereby swear to serve the Liberation Army and obey your comments. Please let us know if you need our help. Necklord is defeated and the Warriors village has joined our causes. Master Tear, it's about time we returned to Tear Castle. Tear, I mean Master Tear. I tracked Necklord for many years and I've finally got my revenge. I must go to my village now and deliver the news. But I promised to return to the Liberation Army. So please permit me to leave for the time to begin. Okay, fix part. Without you, Victor, the Liberation Army is under a huge hand is kept. I know. You all are hopeless without me. Don't worry, I'll fill in for him. What? Wait a minute, Dengar. No, Higgs. I've already made up my mind. Besides, you're coming too. Me too. Of course, if you don't protect me, who will? Sure, but... Go with her, Higgs. Your invitation is over with, but not your rite of passage into adulthood. Besides, Tengar has made up her mind and I can't stop her. Will you protect her? Yes, sir. I'm going out here, but I'll be back. Take care. Victor leaves the party. The guard joins the party. The guard joins the party. Besmerger. Oh, my favorite character. Endlich. Hm. I thought that if I purged Necklord, I'd run into humor. In any case, I never thought that anyone could defeat Necklord. Liberation Army, so you're defying the Imperials. Hm. Alright, I understand that he's now part of the Imperial Army. Oh, thank you. Oha. I have more. 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 Err... So, and... Als nächstes steht da etwas Kompliziertes. Was ist hier noch wichtig... Äh... Was wollte ich grad reden? Keine Ahnung. Aber hier ist von den Fenstern eine Kiste versteckt. Bedeckt, meine ich. Der ist der Rage Crystal. Und ich weiß nicht, was er bringt, aber er hört sich ganz schön geil an. Und auch wenn er so versteckt ist, genau wie Pesmerga würde es noch irgendwas bringen. Also wir sehen uns gleich in Recon wieder. Und ich bin mal gespannt auf welchem Level der ist. Der ist bestimmt so 53 oder so. Oder ich denke er ist 53 und dann ist er erst so 24 oder so. Oder 28. So, da sind wir wie versprochen in Recon. Ähm... Ursprünglich... Äh... Eigentlich wollte ich jetzt noch Pesmerga heimlich in die Gruppe nehmen. Das hat nicht funktioniert. Denn... Äh... Sanchez ist nicht dauer. Hallo. Hm... What are you looking at? Something's wrong with my appearance? Leader of the Liberation Army? Hm... Hm... I'm just passing through this land. Not that I have a particular destination. And maybe I'll find a clue here. Hm... What? Oh, nothing. Just talking to myself. Okay, I'll give you a hand. Clive, ein sehr beliebter Charakter. Ähm... Bei Fans. Meine ich mal so gehört zu haben. Aber... Nix aber. Cool, wir haben ihn jetzt. Jetzt sind wir uns gleich wieder in den Clon Caves. So... Jetzt sind wir wieder hier. Und runter. Und hallo Crowley! Hoho! You found me! I didn't think anyone would come here. Recruit me! Hmhm... I'd be nice to enjoy a little sunshine after all this time. So... Wie versprochen in den Clon Caves. Und gleich wieder raus hier. Habt ihr noch schnell den Escape Talisman erkämpft. Zurück. Wildkarte. Und wir sind jetzt eigentlich schon... Ja, kann man so sagen. Fast nicht. Ähm... Das war eigentlich schon mit der letzte Dungeon. Mit... Der letzte Dungeon. Hallo. Perhaps this old man can be of some use. Perhaps. Ja... Ich werd dann jetzt noch hochfahren. Und... Da würd ich sagen... War's das für diesen Part von... Let's Play. Zuikon 1 für die Playstation. Eins... Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Indem wir dann... Was weiß ich was machen. Und... Ciao. Ich war's für den Mund. Ich war's für den Mund. Ist es nicht so, wie... dass ich das jetzt ausfussiert habe? Ich war's für den Mund. Ich war's für jeden... Ich war's für jeden disaster. Vielen Dank.